Immer noch könnt ihr anrufen, immer noch ist ein bisschen Zeit und diese Zeit nutzen wir. Es gibt jetzt ein kleines Porträt von einer großen Künstlerin. Mein Süßer ist nicht so ein schlechter Ruderer, sondern auch noch ein schlechter Verlierer. Ich habe bis vor drei Jahren bei Gute Zeiten schlechte Zeiten mitgespielt. Was auch meine Eltern gemerkt haben, ist natürlich, dass ein sehr, sehr starker Drang einfach da war, auf die Bühne zu gehen, zu singen und zu tanzen und sich irgendwie zu präsentieren. Das merkt man ja bei einem Kind. Man hat eigentlich zu jedem Song irgendwie eine Verbindung und es gibt eigentlich kaum einen Song, wo man sagt, der ist jetzt der alles schönste und alle anderen sind fünf Stufen drunter. Die Zusammenarbeit mit Ronan Keating war wirklich sehr, sehr schön. Also wir waren ja natürlich auch hier in Wien, in Österreich und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also das ist ein ganz lockerer, netter Zeitgenosse. Ja, es gibt ja bei peinlich auch verschiedene Kategorien. Es gibt die ganz peinliche Nummer, die kann ich euch nicht erzählen, weil die ist mir selbst so peinlich, dass ich in diesem Moment rot anlaufen würde, wenn ich davon wieder anfangen würde. Und dann gibt es die mittelpeinliche Sache. Und die mittelpeinliche Sache, da kann ich eine Sache erzählen, weil mir sind genügend passiert in meinem Leben. Und glaub mir, da ist die Kiste, the whole bag of peinliche Erlebnisse kann ich ja auch machen. Insofern, ich erzähle euch eins. Ich bin in der Schule und da ist ein netter junger Mann, den ich ganz toll finde. Ich laufe auf dem Schulgelände, gucke diesen Menschen an und renne gegen einen Pfahl. Die ganz natürliche Sache. Der wollte nichts mehr von mir, der Typ. Ihm war ich wahrscheinlich zu peinlich. Ich habe einen ganz, ganz großen Traum, aber den verrate ich nicht, weil das schnell arrogant klingen könnte. Und mein Wunsch ist es jetzt, dass das neue Album einfach toll wird und dass es den Fans gefällt, weil es ist schon ein bisschen anders als das letzte Album. Ich habe ja das erste Mal die Songs komplett selber geschrieben mit meinem Freund Jörg. Ich erlebe gerade die glücklichste Zeit meines Lebens, muss man wirklich sagen. Es erfüllt sich gerade alles, was ich mir je gewünscht habe. So langsam, so langsam hat sich jetzt das große Zittern bei unseren Finalisten breitgemacht. Denn in wenigen Augenblicken werden bei uns die Telefonleitungen gekappt. Und dann steht endlich der Sieger des Kiddy Contest Finales 2005 fest. Und diese wenigen Minuten werden wir bestmöglich füllen. Und ich hätte eine Idee, wie wäre es mit Janett? Wollt ihr jetzt Janett sehen? Ja! Seid ihr sicher? Ja! Hier ist sie, Janett mit Band und ihrem aktuellen Hit Bad Girls Club. Wuhu! 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 Musik 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 Music Musik 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 Oh, thank you! Join our Red Girls Club. Schanett! Schanett! Mit, Ben! Schanett, sei doch so gut, komm zu uns! Super, dass du es hierher geschafft hast. Ich glaube, es war nicht so einfach. Was sagst du zu unserem Finalisten? Ihr seid wirklich alles Gewinner und Gewinnerinnen. Das ist ganz, ganz bezaubernd, was ihr gemacht habt. Und Sie haben uns ja vorher bestürmt. Sie wollen dir dringend auch ein paar Fragen stellen. Okay. Irgendwann, das können wir machen. So, Lisa, schieß gleich los. Wer war gekommen? Oh Gott, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, da haben ganz viele Faktoren eine Rolle gespielt. Ich habe ja im Zirkus angefangen, mit sechs Jahren. Da habe ich Akrobatik gemacht und getanzt und gesungen. Ich glaube, das war so der Anfang eigentlich. Damit hat alles begonnen. Selina! Wie viele Leute waren geschätzterweise bei dir im Raum bei deinem ersten Auftritt? Ähm, geschätzterweise. Schwere Frage. Lange her. Beim ersten Fernsehauftritt überhaupt ersten Auftritt. Überhaupt, weil ich glaube, es waren 20 Leute. Aber das hat mir sehr zu schaffen gemacht, glaub mir. Janett, Caroline hat auch noch eine Frage an dich. Wie viele Jahre standest du das erste Mal auf der Bühne? Mit sechs, im Zirkus. Also mit sechs Jahren. Ich habe auch gesungen. Ich habe immer Kinderlieder am Schluss gesungen. Es kommt der Biber Butzelmann und sowas. Kim, was möchtest du von Janett? Wie viele Jahre machst du denn schon Musik? Wie viele Jahre? Also meinst du, wie viele Jahre ich Songs schreibe? Das ist nämlich jetzt erst seit dem Album. Ich habe vorhin gesagt, dass du mit sechs angefangen hast. Und wie viele Jahre sind das jetzt schon? Naja, also ich werde jetzt 25. Also kannst du dir ausrechnen. Okay. Lange, lange. Wer das Schießat mal los? Ähm, ja, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Und dann war ich ja auch sehr lange da war. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Also irgendwann gibt es gewisse Dinge, deren Ära einfach vorbei ist. Aber du hast extremst schöne Augen, möchte ich dir mal sagen. Das ist ja Wahnsinn. Was für eine Farbe. Haben wir noch Zeit für eine? Für eine letzte Nicole. Hast du Lampenfieber, bevor du einen Auftritt hast? Ich habe unglaubliches Lampenfieber. Ich hatte gerade auch furchtbares Lampenfieber. Extremst nervös. Weil mein In-Ear, was ich immer drin habe, damit ich mich selber höre, kaputt gegangen ist. Und dann habe ich aber noch ein zweites gekriegt. Und das war alles ganz hektisch. Und deswegen war ich ganz nervös. Aber das ist ganz normal, dass man nervös ist. Also es geht nie weg. Das kann ich dir versprechen. Auch nicht in 100 Jahren. Jeanette, danke für dieses Interview. Jetzt kriege ich das Zeichen. Es ist soweit. Die Abstimmung ist zu Ende. Hilfst du uns den Countdown zu zählen? Helfe ich. Dann legen wir los. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Neu. So, die Leitungen sind jetzt gekappt worden. Ihr könnt die Telefone über die Schulter werfen. Vergesst es. Weg damit. Jetzt steht es fest, wer der Sieger des Kiddy Contest 2005 ist. Auf jeden Fall einen großen Applaus noch für Jeanette, bitte. Dankeschön. Ich hätte noch eine Bitte an dich. Wir werden dann jetzt gleich irgendwann mit den Finalisten vorgehen und werden die zu dir nach hinten schicken, die nicht gewonnen haben. Könntest du die hier nett in Empfang nehmen? Das mache ich selbstverständlich. Dankeschön. Dankeschön, Jeanette. So, da draußen wissen die ja jetzt schon, wer gewonnen hat. Wir wissen es noch immer nicht. Ein reitender Bote wird irgendwann zu uns kommen. Hier kommt er. Da kommt der Heinz von der Aufnahmeleiter. Dankeschön.